Hallo und herzlich willkommen hier zu Plants vs. Zombies Teil 2. Wir schauen uns Level 1,19 an und was uns hier erwartet... Oh ne, nicht wieder... Wirklich? Diesmal nur 12? Und ich muss weiter vorne pflanzen? Och, das Level ist ja... Und wir bekommen den Professor auch wieder rein unten. Oh, das wird ein Massaker. Ähm, ich muss wieder Laser mit einsetzen, es hilft nichts anderes. Ähm, den hier zum Schützen und AZ, glaube ich. Dann sollte es vielleicht klappen. AZ hat eigentlich immer eine gute Arbeit gemacht. Aber die Level werden echt immer hörter. Also auch gerade diese Kombinations-Level. Okay, der erste Zombie kommt. Ich glaube, hier würde ich wahrscheinlich echt viel mit... Ähm... Ja, mit meinen Steinen arbeiten müssen. Na, vergiss es! So, der erste ist weg. Ich meine, das Schöne ist... Der Pharao-Zombie hält natürlich immer an. Wenn, ähm... Ja, wie soll ich sagen? So, da oben bauen wir schon mal einen Laser hin. Komm. Dann haben wir da schon mal Ruhe. Ich kann auch einen zweiten Laser machen. Aber ich brauche eher einen Eimer-Joe. Na, komm, noch einen. So, den hier halten wir einmal auf. Dann setzen wir hier schon mal einen Stein hin. Wie sieht es aus? Ich darf nur noch zwei Pflanzen halt basteln. So. Und gegen den hier bräuchte ich jetzt halt eben echt. Und einen Stein. Ja, klar, komm. Hau rein. Ich muss den hier weg machen. Damit ich hier noch einen Laser reinsetzen kann. So, den lassen wir erst mal... Ich brauche was! Dann wird es halt was Teureres. So, wie viele darf ich? Ich darf keine Pflanzen mehr basteln. Aber ich brauche eine. Und ich bekomme halt nichts. Hier. So, dann ersetzen wir den da hinten. Dann kommt hier unser Laser-Joe hin. Nein! Okay. Wir opfern die Unterstelle hin. Ich darf drei wieder basteln. Ja, wir müssen die einmal ausnahmsweise. So, ich glaube, ich... Opfer einfach etwas. Nein! Okay, die zweite Lane ist auch. Scheiße! Okay. Na? Ach komm, hau sie doch weg. So, dann können wir hier schon ein paar... Ich glaube, wir opfern die einfach jetzt. Das kommen hier eh nicht mehr. Und für das Level extra nochmal... Tausend reinbuttern. Nein, ich darf da eh nichts pflanzen. So, wir haben es geschafft. Wir bekommen eine neue Pflanze. Unseren Schnellbodenschießer. Duplinator schießt zwei Erbsen auf den Feind ab. Ja, das war Level 1,19. War etwas peinlich. So, ich hätte es gern ein bisschen besser geschafft. Aber dafür bekommen wir wieder zwei Diamanten. Und ja... Nur noch zwei Level, dann können wir... Bekommen wir unseren Startbonus. Ich meine, 50 wäre natürlich besser gewesen. Aber ich glaube, das kriegen wir dann in irgendeine andere Welt. Ja, ich danke dir vielmals fürs Zuschauen. Und dann sehen wir uns morgen... ...zu einer neuen Runde. Hier Plants vs. Zombies. Und ich will endlich diesen Erfolg noch zwei Stück. Also, bis dann. Ciao, ciao.